Alles eisy, der typ Ich glaub ich hab hier noch nie am Anfang den Skip gemacht N基ck 650 In der Mitte durch Was? Jetzt? Uiuiuiuiei 4 Sekunden, ne? 3? und passt schon die position er macht ihr ein bisschen obwohl ab kommt da muss jemand die tasse machen ich mache mich halt selber kaputt daran jetzt scheiße wo sich in die grütze rein ja das ich muss es ein bisschen weg laufen das ist jetzt okay die reaktion hat mich jetzt alle cds gekostet wunderbar okay ja 3-2-1 ich hoffe ihr habt euer Testament gemacht hütet euch hütet euch hütet euch hütet euch vogel passt auf ja so kann ich leider nicht beten hütet euch ab Alles Gute von von Robin. Hütet euch. Ach, ich habe das Trinket nicht drin. Holy shit. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum funktioniert das nicht? Welches Trinket hast du nicht drin? Ne, die ist von... Maybe Ashwain war das, glaube ich. Ach so, ja. Hütet euch. Ich kann aber sagen, warum funktioniert das nicht? Oh, das war nix. Der Outlaw ist jetzt der neue Asser, oder wie? Der Asser ist ja der neue Outlaw. Stell dir jetzt hier unten Gate, oder willst du den vor der Brücke spielen? Ne, einfach spielen. Deswegen halt legit perfekt 100%. Wie können wir eigentlich mitziehen durch die Brücke, ne? Mh, mh, adden wir, wenn wir da an der Seite vorbeilaufen? Nein, 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 nein. Okay, ich ziehe mal... Naja. Okay, Roar kommt. Einen Schaden. Ja, ich wollte gerade das Gate nutzen, dann mach ich mir so, warte mal. Hahahaha. Glaub so ein Gefallen würde, Xana, dass wir es nicht tun. Echt so? Da müssen wir jetzt halt gut zurück... Ich hab da eigentlich nicht meinst, aber... Können sie auch nach rechts ziehen, wenn ihr wollt. Wollt die gerade stunnen. Einer muss hier noch hinterher. Pass auf nicht, dass ihr alle jetzt zusammen umclasht. Ja, ja, wir haben jetzt schon 5 Stacks. Knatzt mich halt ganz gut, wenn ich schon so hoch gestackt bin. Gibt den Ring. Nackt die Mops nicht darunter. Das hat letztes Mal den Krieger-Tank hier drin getötet. Und dann die Dings-Decks nicht ausgelaufen sind. Ach, ach, sch***. Sorry, das ist jetzt nicht. Bei 0 ist es. Na gut, jetzt schauen wir mal, was da jetzt passiert. Ja, aber gut, jetzt ist es ausgelaufen. Der kommt, oder? Der läuft draußen rum. Ja. Ja. Na, ich weiß nicht. Irgendwie haben die... Okay. Hast du da nicht buggy? Geht einfach da. Oh, shit, alter. Das war knapp. Was haben wir denn? Wir müssen hier... Das unten. Ja, okay. Nur das Sonnen. War das nicht der Typ, wo du rumstealfen? Ne, oder? Das hat noch nicht jeder gesoffen. Ja, ich muss mir noch den Buff holen. Oh, ja. Genau. Ich dachte erst, dass das das andere Event ist, hier mit dem Hund, aber... Okay. Okay. Oh. Ich werde... Okay... Okay. die gelben fischer dahinten noch ja ich glaube die da links so steht immer auch stacks aufpassen ja müssen müssen halt immer ein bisschen gucken auch ja lasst sie auslaufen ok passt die gruppe links ok in einem sauer kann den wir interruption da hinten dass der da rauskommt oder die 2 sauer gut ich komme jetzt so nicht ran an die er ist ein zweig er gut werden sie hätten können und um die ecke laufen dass sie alle welle ist sind pass auf links und passt ich hab nur und zu klatschen das schafft wir schon die gruppe hier noch nicht mehr kurz auf geht's weiter weiter da kann ich halt schlecht stacks auslaufen lassen weil du den ich locken kannst ich mach trotzdem mal rings sicherheitshalber für die kleinen ja ich laufe jetzt einfach einen ticken weg ja geht schon zwei sekunden zwei eins ok passt lauf kleines mädchen lauf ja so viele stacks hier ich haas nekrotik echt wenn wir mal shadow melt und nochmal das muss kurz drinken ja passt aber wirklich nur kurz ich bin schon wieder ready ok durfte das orientieren ziehen ich würde geschnappt man das wirklich ich bin schnappi 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 schnappis schnappi 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 das stacks geh nicht hoch gell ja das ist doch wir kriegen die schnell genug dauernd ich hätte weglaufen müssen ich gehe noch mal eben das event triggern macht es schon mal die errichtung brücke die zwei mobster wenigstens um eine brücke meint so recht wir haben nur 58 sekunden zeit na gut die müssen wir machen hinter den interruption habt ihr die papp gepolt meine ok wenn du kannst ja übers geht dann hoch sowieso noch den buster spielen bei ihm wird die schmerzvolle motivation gekriegt ja das war mal bett ich wollte eigentlich den anderen interrupten ist jetzt da hoch die mit dazu oder das hat hier zum boss hatte es jetzt wirklich das pack haben wir nur gespielt wegen links er kommt ihr da wieder safe runter oder müssen mit jetzt spielen ich kann es helfen ich dachte ihr wolltet jetzt erst den boss hier spielen ja gut dann kommando zurück hätten aber auch die hier close an der brücke machen ja das ist ja verlässer ist ein bisschen zeit mit hin und her laufen ja gut ja gut ja genau ja 1 2 1 2 Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Ja, wieso ziehen wir die eigentlich so gleichmäßig runter? Also nicht, kleven anscheinend alle. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Lauf, kleines Mädchen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Lauf, kleines Mädchen. Hütet euch. Lauf! Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. 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 adesmonary lauf, kleines Mädchen Es ist aber keinem was aufgefallen das fällt mir jetzt grad auf. Hmm, ne. Dann lass halt bei dem HC ziehen, keine Ahnung das war jetzt halt richtig fail. Ja, das müssen wir. Ich hab mir jetzt einmal Rollen gebaut, ne? Also skippen wir hier die komplett, oder was? Nein, nein, wir spielen die einfach nach dem Boss. Dann können wir jetzt... ja, das war... WTF, ich würde wenigstens jetzt HT nutzen. Ja... Let's go, Logo, go. 3, 2, 1... HT! Ja, jetzt kommt's auf. Jetzt ist es safe. Jetzt ist es safe hier. Jetzt ballern wir den kurz weg. Keine Ahnung. Das war jetzt halt ein bisschen Fail. Hütet euch. Klappt es, dass ihr mich nicht hier zu schießt? Nicht in der Ecke stehen bleibt? Ja, das war geklappen. Das wollte ich hören. Hütet euch. User joined your channel. Hallo. Na, hallo. Hallo. Oh. Hütet euch. Wird's aber schon sehr heiß hier. Das stimmt. Hab hier schon die lustigsten Sachen gesehen. Oh ja, gut, das andere despawnt gerade. Wunderbar. Ach du. Ach du. Ach du. Ach du. Ach du. Wechseln hier. Ja, ich kann da hinten wieder reingehen. Aber jetzt haben wir das bisschen schwer jetzt. Das ist jetzt blöd. Hier auf der anderen Seite ist halt das Problem, dass du runtergenockt werden kannst. Dann resettet der Boss. Alles schon gesehen. Du bist doch wieder hochgezogen oder nicht? Ähm. Ja, der Boss resettet aber trotzdem. Das interessiert ihn relativ wenig. Also ich hab den Boss hier schon mal bei 2% live resettet damit, ne? Ach komm. Jo Leute, wie könnt ihr das verkacken haben? Ja, ich zieh ihn halt raus. Keine Ahnung, muss ich halt durchs ganze Feuer durch. Ne, aber die Seiten wechseln eigentlich. Kannst einfach die Seiten wechseln. Ja, gell. Ja, wie gesagt, die andere Seite ist halt bisschen tricky. Wenn du da blöd fliegst, dann resettest du ihn halt. Hatte ich bisher echt. Ich hab das auch noch nie gesehen. Ich bin ein gebranntes Kind. Ich weiß, dass du zurückgezogen wirst, wenn du über die Kanone springst. Also. Ich wollte den Boss. Und jetzt wollt ihr hier den Trash noch machen, oder was? Ja, 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 ja. Wollt ihr warten oder wollt ihr das zusammenbasteln? Können zusammenbasteln. Okay, wenn ihr was drückt, dann auf geht's. Der Rogue fasst gerade ab. Okay, ich glaub, das war keine gute Idee. Hm. Kannst du das? Ich hab nur ein GS gezogen. Okay, das war, glaub ich, ich muss die Wahrscheinlichkeiten. Ja, der, okay. Alter. Ne, gut. Ne. Vor allem der eine Rogue hat auch geführt. Ja, das war nix. Ja, das war nix. Dann lass die einfach safe, einzeln machen und gut ist. Ja, und den Leichtfalken zu urteilen, ja. Da hat noch ein IB von Dings gefehlt, halt. Wenn man halt so den großen Pull macht, dann müssen die halt auch relativ, ne, zügig das zeitliche segnen. Ja, ja. Das ist halt, uns hat legit gerade Damage gefehlt. Hat ganz. Die wir auch, gell? Ja, ja, die können wir machen, aber lass erstmal die Stacks resetten. Ja. Ja. Okay, ich pulse. Aber es ist ja zumindest irgendwas gestorben, ne? Das waren ja vorher mehr Mobs. Ja, das hat uns aber jetzt den Plus 2 gekostet, das ist halt traurig. Hm, ja, wahrscheinlich. Egal, hier hab ich eh schon einen 16er. Gut, gibt's sowieso nix, was hochrollt. Ja. Wobei, so ein Würfel, ne, auf 440 würde ich schon nehmen. Ihr wollt jetzt hier rechts alle spielen? Genau. Also hier die auch, oder was? Ne, 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 einfach rechts. Ach so, einfach rechts, okay, gut. Können wir wenigstens nochmal HT beim Boss ziehen. What the fuck? Ohne Scheiß, was war das grad? Für was denn? Ne, neben, ne, neben meiner Hand hier an der Maus läuft auf einmal, was, was ist denn mit dir? Weg! So ein riesen Heuschrecke rum. Boah, Alter, Heuschrecken. Ja, die hat mich angegriffen. Keine Ahnung. Oh shit. Ja, ich hab sie erst weggescheucht, auf einmal kommt sie wieder und springt mich an hier. Du hast den Fokus auf dem Bildschirm und auf einmal, ne, kommt sie aus dem Nichts angeschammt hier. Keine Ahnung. Die sah außerdem noch ein bisschen komisch aus. Die glaube ich ein Stück weg von der Emissary zum Stun kicken. Ja, okay. Ja, oder einfach die Emissary killen. Ja, die war ja gekillt, aber hatten keinen Stun irgendwie für die gerade. Holy, okay, ich hab ein bisschen viele Stacks. Ja, das ist schwierig. Ja, ne, da kannst du nix mehr machen. Vor allem, wenn die dann auch noch hier... War grad bisschen zu sehr auf der Heuschrecke hier, deswegen... Ja, die hat mich... Ach, schuld. Puh. Auge um Auge. Ich weiß sie nicht, ich glaub die wollt sich rechnen. Beinchen um Beinchen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ahnung, aber funktioniert gar nicht mehr in 3er Gruppen. Holy shit. Warte mal, ich mach das mal hier. Könnt mich mal, ihr scheiß Viecher. Mach das Ding hier, okay, das Schweinchen ist schon unten. Warte. Noch nicht anklicken, noch nicht anklicken. Nicht anklicken. Alle gleichzeitig. Mach mal einen Pull-Timer, 5 Sekunden. 3 mach ich. 3, 2, 1. Was ist denn mit euch?! Ja, das rennt halt einmal, aber... Okay. War trotzdem schon... WTF? Hier, die Gruppen hier. Wo leben die anderen? Geben die Stacks da oben, die gelben? Keine Ahnung. Also necrotic stacken sie auf jeden Fall. Es seht ihr jetzt nicht den Void-Effekt. Oh ja. Der war in der Wand drin. Die stacken mich gut hoch. Pass auf mit dem... Jetzt hier. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir... Ein gutes Nutz gegen den nix. Aber... Nein, wenigstens. Ja. Ja, passt schon. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Müssen wir aber noch ein bisschen mehr machen, ne? Lauf, kleines Mädchen. Dann spielen wir aber erstmal Ludwig. Lauf! Ja, einfach mal erstmal Ludwig rumklatschen. 3... 2... 1... Haben die den generven Prozenten? I don't know. Ich meine, der hat noch 5% gegeben. Nein, 5% hat er noch nie gegeben. Aber ich meine, der hat mal ein bisschen was über 2% gegeben, wenn nicht... Ähm... Wenn wir entwochen waren. Ich glaube, hier noch. Vielleicht zu oben Pass auf, mein Boss Jo, ich geh mal in die andere Richtung Ich hab dann 17 Stacks Okay Ich bin kurz weitergegangen Jo, ich bin ready Ich hab ein bisschen was Hat er jetzt einen Glück? Ja, ja, diesmal hab ich dran gedacht Nice Mal voll durchziehen hier Lauf, kleines Mädchen Lauf Der Heil Solange der nicht in Midi-Range kommt Ist alles gut Ach, da ist er Lauf, kleines Mädchen Lauf Lauf, kleines Mädchen Boah, jetzt ein cooler Hai Er springt auf mich und danach Irgendwie redet er mich komplett Oh shit, okay Lauf, kleines Mädchen Lauf Lauf Dann sollte ich doch nicht tanken Den Hai Ich will den Rogue noch kriegen hier Lol Habe ich hin So, jetzt schnell, Trash, irgendwas kleines Achso, wir müssen noch was machen Okay Aber mind Wir können die nicht erlösen, ne Zieh die weiter zurück Hier kannst du, oder? Mit dem Pfosten Lauf Lauf, kleines Mädchen Lauf Genau, deswegen Ja, aber du kannst hier nicht lös'n Also Ja, du kannst hier outrangen Outrangen Weiter zurückziehen, da wo der Boss herkam Lauf, kleines Mädchen Lauf Oh Also hier rein zu ninjern ist nie so gut Ja, das ist einfach fix Geht mir alle kurz sterben Wir spielen die Gruppe hier vorne einfach Ja, das kriegen wir, oder? Die sind ja Ne, wir sind in der G einfach nicht mehr Okay Lauf, kleines Mädchen Lauf Lauf Hier vorne ist eine Gruppe, spielen wir einfach die Hhhhhhhhhh Hhhhhhhhhh Vor allem die Partner mitzunehmen ist nie so gut Ja, vor allem da wir nur 3, irgendwas Prozent brauchen und das hätten die beiden locker gegeben Mh Hat mir oder so oder so mit reingekommen Ja gut, im Endeffekt ist es jetzt wurscht Oh lol, sie grippen mich halt voll rein Scheiß Viecher echt Ja, LOS ich euch Können sie mich wenigstens nicht grippen Puh Am Ende wird es nur knapp, hm? Ja Was kam denn raus? 16er Belagerung Puh Tschüss Niemals Da hab ich nur ein 13er Rallus brauch ich auch noch, aber das ist eine ätzende Nummer Wow, Nummer Juhu Juhu 34er Schuhe Juhu 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 Post Juhu